Irgendwie mit Halbes und mit's ganzes, ne? Was ist denn mit dir? Was bist denn du so ausgeregt? Ich hab jetzt wenigstens fotografiert, wo wir da waren. Ich fülle ihn ja gerade, weil er so abspackt. Komm wieder hin. Komm mal her, das ist wie ich fülle. Schau mal. Komm wieder hin und jetzt noch mal. Hanf mal. Ich bin so schön, ich bin so schön.